Was ist das denn da? TF, Alter. Was machst du denn, Tobi? Ey, Gigant! Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Red Dead Redemption 2. Und, äh, was machen wir heute Schönes? Hey, Tobi! Wir haben was richtig Schönes vorbereitet heute. Richtig nice. Und zwar, Dennis... Richtig nice. Hahaha, ja, Kriss, das war mal. Ja, weiß ich nicht. Wir wollen zum Flughafen und da wollen wir irgendwas machen. Tobi, wir haben einen Nightrider dabei und du willst, glaube ich, dein Rampenauto holen. Ja, wir machen heute Rampenauto, Nightrider, Tuning-Craft und Emissionen. Alles in einer Folge plus Tuning. Ich hab hier wieder eine neue Karre und zwar, äh, hier so ein neues Auto. Ey, hier fliegt immer noch... Wisst ihr noch, vor drei Tagen hab ich in der Rainbow Session gesagt, dass sie in der Flio rumfliegen. Töten sie die doch einen oder... Die ist immer noch... Ich geh nicht so nach Scheiß oder was, Alter, dass die die ganze Zeit hier rumfliegen muss. Geh nicht mal waschen, Junge. Hahaha, ganz ehrlich. Das vieregige Ding da im Badezimmer, ne, was so gefließt ist. Das nennt man Dusche, Dennis. Ich geh vorhin ins Phantasialand, weißt du, und alle Leute halten sich die Nase zu. Ich denk... Er ist jede Woche im Phantasialand, Alter. Eeeeeee, Digga, ahn mal. Der Junge ist das... Der geht da ja nur hin, um halt Waffen zu essen, weiß ich nicht. Ja, Karriela! Mit Erdbeer so drauf da und so. Hahaha. So, also... Erst auf dem? Nein. Heute haben wir vielleicht... Dazwischen noch einmal Colorado fahren, ey. Boah, ich bin heute... Nächstes Mal Colorado gefahren und... Da hab ich eben noch... Mitten drin so Kaiserschmarrn gegessen und so. Mir war so schlecht an. Boah, Alter! Der Kaiserschmarrn kommt wieder raus, Alter. Der geht Colorado und nimmt Kaiserschmarrn mit, ey. Hahaha. Und dann kann der Typ noch mal da sagen, ey, das kannst du mich doch auch nicht sagen. Ey, ich bin YouTuber, ey, da hab ich. Dann sagt, okay, also. Hahaha. So, ich hol die Rampo. Geh, Curie? Ja, hol sie mal. Hier ist ne Rampenauto. Hier hat einer ne Rampe. Rampo. Wenn ich mich nicht gewittert sehe, bin ich sofort drin, Alter. Oh, ja, klar, klar, klar. So, ja, Leute. Geht ihr online, kommt jetzt erstmal alles... Oh, Tobi, Alter! Wo findet ihr denn hin? 17 Uhr, äh, 16 Uhr meine ich, sorry. 16 Uhr. So, äh, stellt euch mal alle schon mal, die da sind, in einer Reihe auf der Startbahn auf, okay? Und ganz wichtig, ihr müsst dieses Video unbedingt bis zum Ende angucken. Genau. Weil dann, äh, gibt's ein mega Gewinnspiel. Ja. Ich zeig nämlich... Am Ende dieses Videos zeig ich endlich meinen Penis. 10 Minuten und 1, Alter. 10 Minuten und 1 von YouTube. Von YouTube hin. Alter, wie hoch man mit dem Ding fliegen kann, was ist das denn? Ja, Mann, Tobi! Was ist das denn? Hä, Cobi, was ist denn mit dir? Hä? 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 Aber wir werden heute auch mal wieder eine Mission machen, Leute. Letzte Folge war ein bisschen chaotisch, aber heute... Mega Klump! Hat sie, äh, sich vorgenommen zu benehmen, Curry, hab ich gelesen. Das ist gut. Im internen, äh, Heidelwurst-Forum. Auf heidelwurst.org.dz.j. So. Guck mal, der Smiley, der denkt mit, der macht direkt das Tor auf. Der Smiley ist ein guter Mann. Simon, warum? Achso, das geht klar. Okay. Ey, stehen die alle... Ey, die stehen schon alle... Curry, wo bist du? Ah! Muss ich das Scheißding hier jetzt echt runterfahren, Alter? Was ist das denn? Okay, Leute. Oh, warte mal. Was ist denn, wenn Rampe auf Rampe trifft? Was passiert denn da? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ne, das geht gar nicht. Krass, das geht nicht. Guck mal. Komm ich denn hier runter? Yay! Wahrscheinlich nicht, wo Ausgang steht, ne? Das ist voll geil. Ja, Curry, ich bin einfach über alle Autos. Total die schöne Gegend hier gerade. Er ist Rampenauto vom Ceran. Du musst leider... Das ist voll die geile Rampe, Alter. Also ihr dürft keine Rampe, äh... Und ihr müsst alle euch vorwärts hinstellen. Soll ich mich hier hinstellen oder was? Dann kannst du mich vorwärts drehen. Ganz, ganz, Curry, du musst ganz, ganz nach hinten, Curry. Das mach ich überhaupt. Aber ihr müsst alle euch umdrehen und ihr müsst auf mich zufahren. Ey, fahr du doch einfach andersrum. Dann müssen wir uns doch nicht mehr umdrehen. Würdest du von hinten oder von vorne kommen? Ja, ähm... Ich hab das jetzt von deiner Mutter auch gefragt bekommen. Oh, Alter, was ist der so kleine? Stell euch mal ne Reihe. Weißt du, die Mütter, wisst ihr, sind so 2006, ne? Dennis ist so hängen geblieben einfach. Tobi, du fällst, genau, Dennis, du fährst jetzt einfach so drauf zu, weißt du? Okay, warte. Aber du musst weiter nach hinten, Curry. Du musst eigentlich als letztes Auto sein. Ne, mal, ich will das sehen, ey. Jaja, das sehen sollst du als letztes Auto sein. Ja, dahin ist aber irgendeiner aus der Polizei wieder, Leute. Egal, wer Polizei hat, der fährt einfach bitte weg. Ja, Polizei weg, sonst können wir es nicht machen. Tobi, wo bist du? Ich komme gerade die Rampe. Leute, das Rampe-Auto darf sich nicht in die Reihe stellen, sonst funktioniert das nicht. Tobi, du kannst bei mir mitfahren, wenn du willst. Ja, geil, warte, ich bin gleich da, warte. Woll ich dich abholen, Tobi? Ich komme! Ey, einmal bitte die Polizei weg und einmal bitte die Rampe raus. Oh, ich habe auch Rampe raus, Rampe raus, Rampe raus. Sollen alle anderen einfach in die Reihe stellen. Super, Jungen. Super, das ist schön, ey. So, wir machen jetzt den Test. Eine Rampe gegen drei Schlampen. Warte mal, ich muss erst meine Bullen wegmachen. Warte, warte, warte. Äh, Lester. Na komm, geh mal ran da. Der rennt da hinten in die Pampa rein. Ja, aber vor den Bullen weg, ey. Komm, Krüppelchen, mach mal da weg da. Okay, okay, ich werde dich aus Träumen. Oh, kein Problem. So, so. Wo ist der denn hier, der war vor Juxer? Ich stehe hier, ganz alleine, Tobi. Rechts, 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 Tobi, rechts, rechts, rechts. Wurde eigentlich schon gemessert in Battlefield? Ne, du? Achso. Warum? Hä? Mal vor Juxer und so. Weißt du das nicht mehr? Achso, stimmt. Ja. Wie waren das nochmal? Das war, äh. Naja. Komm mal rein da, du geiles Schnitter, Dobi. Komm mal ran, genau. Na, du kleines Hühnerbeinchen da. Ja. Alter, die NPCs, ne, die sind so, so dumm. Okay. Ja, die kommen auch alle aus Klebe. Was sind denn da für Reifen da hinten? Ach, Tennis, ey. Sag, Tobi, bist du bereit für das Leben, das Abenteuer, das lebst? Guck, sag mal, du bist der Manager da drüben. Sag, wenn alle in der Reihe stehen. Wofür hast du denn jetzt gerade hin? Was hast du denn vor, Simon? Bei Anlauf. Achso. Sag, bist du bereit, Curry? Kann ich? Ja, hier sind halt noch Copswagen, aber die stehen nebendran, die fahren halt nicht weg. Ja, dann fahren alle mal ein Stück vor, einfach. Okay, fahren wir jetzt alle in einer Reihe ein Stück vor. Aber Rampe nicht rein. Ganz langsam, ganz langsam, Leute. Ganz vorne der Typ, der muss mal vorfahren, da. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, ja. Ey, ich hasse diese NPC-Cops, ne? Das Cockpit auch aussieht von dem Auto, ne? Von geil, ne? Schaut mich halt, dieser Typ, die Amerikaner, die kommen ja so random hier in die Lobby. Was machen die denn? Und dann fährt der zum Flughafen, bis sich ein Flugzeug holen und auf einmal ist da so ein Apocalypse Now, weißt du? Der sagt, oh, was ist da los, ey? Ja, endlich. Er hat's auch mal gecheckt. Okay. Kann ich, Curry? So, warte. Ne, ein Polizeiauto steht da noch. Ihr müsst mal alle da aus dem Weg fahren, Leute. Dann können die auch da weiter. Da vorne, genau. Lass die mal durchfahren da eben kurz. Ihr könnt euch ja gleich wieder aufreihen, komm. Lass die mal da durch. Leute. Fahrt eben aus der Reihe. Ja, genau. So, jetzt fahren sie weg. Einmal wieder aufreihen, Leute. Wir müssen alle hintereinander stehen. Ey, was machst du denn denn nicht? Dimon, du musst dich noch ein bisschen rein, reinhuben da. Wann isst du da, Tobi? In dem Auto vor mir ist keiner. Alles klar, das ist ja schön zu wissen, ey. Dann fahren wir da jetzt. Dann fahren wir noch ein Stück vor. Willst du mal weg fahren, schnell? Ja, fahr mal weg. Nein, 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 nein. Ja, okay. Mach ich, mach ich, mach ich. Irgendwann die rasten voll aus. Hinten steht erstmal ein Truck, Alter. Oh, Tobi, gib mir ein Blowy. Komm. Der Pimler hat in sein Auto da so scheiße geparkt. Oh, sorry. Oh, Tobi, ey. Der Pimler hat in sein Auto da so scheiße geparkt. Was seid ihr denn für Spacken, Alter? Steht mal, ey. Okay, ich fahr ein 3. Nein! Oh, das dauert zu lang, Leute, für so'n Blödsinn. Ja, aber wenn das Auto hier steht, wo keiner drin sitzt, was willst du denn machen? Jetzt steht er noch auf dem Kopf. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, warte mal. Oh, Kurali. Billarabi. So. Curry. Wie viele Autos haben wir denn da stehen? Oh, da stehen schon einige, ja. Alter, die ist Drecksautomann. Da bewegt sich gerade einiges, ja. Da haben wir schon ein Rampenauto, weißt du, da kriegt man das Auto nicht da raus. Was, da steht ein Rampenauto drin? Ui. Jetzt, Alter, geht doch. Dankeschön. Okay. Wie kann ich noch mal bei einer Aktion ausführen? Ja, das war am PC, weiß ich das auch nie. So, wir stehen alle drin. Okay. Reitet euch auf, Leute. Okay, ab geht's. Okay, Tobi. 3, 2, 1, go. Ey, was ist los? Komm, fahr, 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 go, go, go. Fahr los, Alter, fahr los. Jaaaaaaah. Boah, jetzt wird's keiner. Oh, nice. Da war ein Auto zu tief gelegt. Warte noch mal. Warte mal. Alter, ich hab noch nie jemals, noch nie hab ich irgendwie sowas beschissenes einfach gesehen, Alter. Warte mal, wer ist denn das? So, jetzt. Ja, wow. Das war ja richtig spektakulär. Nee, warte mal, irgendeiner war das hier. Vielleicht hättest du von hinten anfahren müssen. Ja, machen wir mal das andersrum. Okay, guckt alle mal nach vorne, Tobi und ich sprichst jetzt von hinten rein. So. Hier stellt euch mal alle in eine Reihe. Aber ihr müsst alle Autos praktisch umdrehen. Also das ist nur das Hinterteil des Autos nicht. Alles klar, alles so stehen bleiben einfach. Aber schnell jetzt, ey. Wir hängen jetzt acht Minuten schon hier. Ja, schnell. Du forderst immer, Alter. Komm ein rein, Leute. Vorfahren, Vorfahren, immer schön anhängender. Genau. Krieg ich euch jetzt auf dein Kommando, ja? Da steht wieder ein Auto, was keiner fährt. Leute, ey, ihr seid nicht. Grad ist es, grad saß da auch noch jemand drin, weißt du? Brauchen wir anderen Probi, ich glaub, das ist es. Kann man denn auch die neuen Klamotten und so kaufen gehen, ey? Ohne Witz, ne? Was ist das für eine Mülle, ey? Ich muss mal, ich guck mal im Menü gerade. Guckst du denn? Ganz ehrlich, ey. Wie mir die Aktion ausführen kann, ich wüsste, dass wir das jetzt da. Ist jetzt scheißegal, ey. Handy runter, Handy rechts, Handbremse? Kann ich nicht so schwer sein, so. Ist das auf der Tastatur oder Mausbett? Äh, wo geht's denn auf der Tastatur? Okay, dann mal go, Alter, warte? Das Schiff. Schiff? Ja, wir stehen alle da. Okay, los geht's. Jo, warte, erst mal durch Smoken, hier. Äh, das ist so, wie man. Das kann, der kann, der kann. Kann, der kann, der kann. Kann, der kann, der kann, der kann, der kann. Es geht nicht, weil manche Autos sind zu tief geredet. Es steht auch mit so Monsterschaft da. Nein, Mann, dein Auto hat einfach zu wenig Power. Das ist so klar, dass er mit der Zeit dann langsamer wird. Oh, schade, ey. Warte, dann machen wir das anders. Ich hab noch ne Idee. Ihr kommt einfach alle auf uns zugefahren jetzt. Ja, ein Eier, eine Reihe. Stell euch mal in eine Reihe. Stell euch mal in eine Reihe. Ihr müsst jetzt alle in eine Reihe auf mich und Tobi zu fahren. Ja, klar, ist easy, ey. Thomas, doch machbar. Nach vorne? Nach vorne. Ihr seid noch zu nah ran, ey. Laurin, fahr mal weg, bitte. Oder hinter mich. Schall dich mal hinter mich. Weil sonst blockierst du das. In die Mucke drüber, hörst du das? Hey, Freunde, hey. Hey. Ja, so, so, richtig geile Gang-Storm-Rucke. Was war denn das nochmal aus? Ich kenn das aus irgendeinem GTA-Trailer oder so. Ist mir scheißegal, ich zieh's mal durch. Hey, Freunde, hey. Hey. Hä? Ist ja okay. Dann fahr mal los, Leute. In einer Reihe. Let's go. Komm, ich will jetzt was sehen, Leute. Ja, geil. Ich will jetzt was sehen, yo. Nö. Oh. Ja, wow. Ich bin mehr gekommen, Alter. Oh, oh, oh. Der fliegt erst mal ins Meer, Alter. Oh, der LKW. Hä? Boah, Alter, was zum Teufel, Mann. Alter, der 616 hebt voll ab. Ich hab' eingepackt. Nice. So, okay, ab zur Maze-Bring-Tower, alle beginnen. Nice. Hä? Tobi? Schau, ich darf schwer vorbei. Warte, ich komm. Ah, Alter! Ich bin eine Dame. Curry, ey. Lass mal Part, Curry, Alter. Boah, ich muss hier raus, Alter. Tobi. Du hast kein persönliches Zudritt. Ich will doch gar nicht in das Obere. Hä? Lass uns mich halt einsteigen, junger Mann. Komm, Leute, lass uns fahren, ey. Okay, Alter. Alles klar. Ja, geil. Toll, Curry. Danke, Gigant. Hä, was für Curry, Alter? Was hab ich gemacht? Keine Ahnung. Aber hier steht noch eins. Ja, ja, kannst du denn weg. Alles. Ne, los, ey. Das ist gar nicht von der... Lauren, bist du das? Geh los, Curry. Die sind doch alle wahnsinnig. Tobi, komm, Alter. Schreib mal einen da irgendwo in die Karre. Oh, ich warte, ich kriege einen Anruf. Gigant, Gigant, immer den Curry mit. Hä? Wo ist denn hier der Gigant? Geh gar nicht, komm mal rein, Alter. Ja, ich spinne hier. Ey, mach nicht. Achso. Ich bin mal nicht gewöbeln. Ja, hab Bock noch mal zu vögeln, ey. Okay, abzumessen, komm alle. Oh, Alter. Was ist denn Mock, ey? Ey, wo fliegt denn der Tobi? Wo fliegt denn der Tobi da? Ja, Mann. Lass mal alle über die Rampe da fahren, alle zusammen. Easy peasy, Alter. Ja, er wollte schon eine Rampe, Alter. Kein Problem, Mann. Kein Problem, Mann. Boah, Alter, das hat auch Gefühl. Geil, das war, Mann. Ey, wir haben Toren, Hammer, hör, Gott. Ey, bei mir hast du falsch immer ausgefahren. Ja, aber gar keine Fallschirm. Was? Wie geil, Alter. Perfekt. Perfekt gelandet. Ab geht's, Mann. Oh, er fliegt direkt zum Beispiel. Ich liebe dieses Auto, Mann. Oh. Ups. Was möchtest du mal, Gordon? Gordon Freemail. Slammessive kenn ich ja gar nicht. Was ist Slammessive? Die sind ja die Playmessive. Ich glaub, er meint Slammessive von früher, ne? Warum Gigant? Warum? Alles ist denn falsch mit dir? Die Leute fragen immer noch wegen Gronkh und Sarraza und so. Sarraza weiß, dass der auf jeden Fall mal wieder GTA Online-Spin will. Aber Gronkh ist es halt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ey. So, ab geht's. Macy war das, ne? Eines Tages. Ja, Mace Pink Tower. Leute, warum Yannick, ey? Warum? Warum musst du uns abdrängen? Jannick, was ist denn los mit dir? Jannick sag's dir. Oder Curry, kannst du mal ganz kurz beim Klamottenladen links halten? Da gibt's auch neue Klamotten. Oh, schauen wir doch mal rein da. Da ziehen wir uns mal kurz um, ne? Gibt's auch ne neue Waffe? Ne, ne? Ne, keine Ahnung. Boah. Ich glaub hier raus wie so'n Sosowski. Sollen wir uns wieder gleich anziehen oder so? Nö, äh, ja, wie ne, ja. Du kannst ruhig nackt bleiben, Alter. Oh, ich kann da nicht rein. Achso, weil CIOs da aber, ne? Was? Mal wieder auf der... Alter, das war geil. Warum fährt die denn auch einfach nix raus? Was ist los mit der Alten? Ja, Import-Export. Ey, yo, guck mal dich da unten. Ey, wo steht das? Wo steht das? Ganz unten, ganz unten. Boah, lass es doch, ey. Import-Export. Alter, was ist das denn, Mann? Ist das denn die Watchtops oder was, ey? What the fuck? Ja, ich wollt grad fragen. Ich hab mir das gekauft, ey. Guck mal, das ist ja aus dem Killer, Alter. Gute Reise. Ich kauf mir jetzt Flickenteppich, Alter. Oh, ich hab kein Ohr. Ich hab kein Fallschirm. Ah, ich bin jetzt n G. Und soll ich denn jetzt den Tobi hinbringen? Einmal zur Maze-Bing Tower. Tobi ist tot. Ja, der ist krabbt. Komm mir auf, Alter, ey. Der staubt. Tobi ist tot. Boah, wie geil ich aussehe, Mann. Boah, ist das hier der Klamotten da an? Raus aus meinem Auto, Mann. Ja, ich hab mich noch fetter, Mann. Da ist jetzt aus meinem Auto raus, Mann. Ah, das ist cool. Das ist sehr gut. Komm rein, können wir jetzt sein. Mein Auto raus, oder? Okay, tschüss, go, yo. Hi, welcome. Hi, welcome. Halt's Maul, gib' die Klamotten, Alter. Oh, scheiße. Äh... AAAAAAAH! Wo ist Curry, ey? Komm mal her, Alter. Ja. Hör auf! Alles klar. JAAAAAAH! 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 Junge! JAAAAAAH! Junge, jetzt mach mein Auto nicht kaputt, Mann. Scheiße! JAAAAAAH! 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 Kann ich eigentlich hier mit dem Outfit auch ne Maske aufziehen? Wird mir mal interessieren. So, all scheiße, Mann. Seid ihr beim Maze Spring Tower? Noch nicht, ich seh mir grad noch ein paar schöne Klamotten raus hier. Guck dir. JAAAAH! 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 Ja! Also wir haben mal ein Flugzeug, der könnte man nach oben nie ausziehen. Halbes Anageddon, Alter. Seid ihr beim Maze? Ey, das Flugzeug, soll ich uns mal zum Baseback Tower bringen. Ja klar, Flugzeug landet mal her. Ach so, ja. Luki. Ja komm, Wir nehmen den Luki. Der nimmt das mit. Hallo! Ich hüpfe mal beim Luki, Alter. Komm Karli. Komm mal ran da, komm an Bord. Geiler.. Luki! Ok, hebe ab. Ok, Lars. Oh, der Wohnwagen. Du bist so ein'n richtig geiler Bumsnudel, ne? Was? Boah! Wart ist das eigentlich falsch mit dir? Oh ja, Alter! F3000, 7800, 9800, 106, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, alles klar. Ey, Gigantala, was geht ab? Nimmst du mich bitte, Junge? Kann ich den Rina denn jetzt wieder reparieren, ey? Nach vier Minuten kannst du ihn wieder anfordern. Achso. Okay, was machen wir jetzt? Machen wir einen schönen Auftrag? Das war eine schöne Mission. Ach geil, Alter. Muss ich doch in den Baseback Tower kommen? Ja. Alles klar, da musst du noch einen Moment warten. Nimm ich mit, Mann. Nimm ich mit, Mann. Ja, du, du, Körger. Nimmst du gar nicht? Doch, hier, guck mal. Ich kann dich dann mitnehmen. Toll, Dennis. Doch, doch, kann ich wohl. Warte, hier. Ja, danke, Dennis. Das ist mein Körger. Ey, Freund, ey. Den nehme ich doch immer gerne mit in meinen Herzen. Tobi, komm mal hinterher, da, bitte. Ey, Körger. Äh, Tobi. Wo muss ich überhaupt hin, wenn ich zu euch bin? Einfach rein da. Egal wo, egal wie, egal wann. Das ist so komisch, ey. Alles klar. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich von den Outfits halten soll. Das sieht aus wie ein Laufhandel gibt's nicht, Alter. Ich, äh, Körger. Squash. Setz dich, ne, und nehmen sie Platz, Karina. Ja, klar, da setz ich mich mal hin, als Bällchen, Bad, ne? Ja, zumalereien hier. Das ist ja gar nicht der Mais-Pack-Tor. Tobi, kommst du mal da einfach zum Mais-Pack-Tor. Tobi, kriegst du dich auch zum Nussland. Ja, Tobi ist gegenüber. Ja, da drüben. Ja, einmal kommst du, Tobi, ne? Dann kommst du mal rein. Nimmst alle Platz, die Herren, aber wir lassen einen Platz mit Tobi Nado frei, Freunde. Ne? Einen Platz für den TF frei lassen, bitte, um wir Freilie, oder? Ja, das freut mich, Alter. Freilie, Hämmer. Freilie, in Boll, sind wir hier zusammengekommen, um uns einmal alle den Auftrag auszusuchen. Wir sind zum, äh, nicht hier zum Denken, sondern zum Lenken, ne? Ein neues Auftrag mit Auftrag, mit Auftrag. Also, ähm, ähm, geht durch den Job, passen. Aber wir sind weg. Aber wir sind weg. Wo ist Tobi Nado, oder? Mach mal auf, da. Ja, klingel doch mal an den Knopf, da. Mach mal auf, da. Also, der Knopf, da. Das rein, da. Das rein, Standbein, Alter. Ey, falsch. Standbein. Ey, Mann, kennst du das, komm, ja, Alter. Warte mal. Falscher Platz hier. Tobi, komm mal hier hin, setz dich mal hin. Wird er denn schon wieder hier? Warum rennt der eigentlich schon wieder hier rum, ey? Es riecht auf einmal richtig nach Pissi, ey. Ist echt so, weißte. Guck dir, guck dir mal die Sachen an, ey. Einmal richtig durchgesitzt vom Gigant. Tobi, doch mal gefallen und spring einfach aus dem Fenster raus, ey. Na, Tobi, nimm mal Platz da. Ey, wie siehst du noch so? Hey, Tobi, hast du mir gemacht? Na klar. Ich bin, äh, ich bin jetzt hier, äh, der von Scorpions, weißt du? Ja, Alter. Ey, was ist denn jetzt los? Setz dich doch mal hin, Tobi. Der hockt sich nicht hin, die alte Bitch. Take me to the mountain. Okay, jetzt geht's runter. Alles klar, Alter. So, Leute. Hört mal zu, hier sprechen die Heidelwurst-Mitarbeiter. Drin mich mal weg von denen. Ey, Gigant, hör auf, mich wegzupopeln, Alter. Du musst ja wegdrehen, Alter. Warte mal. So, folgendes. Wir haben großes. Jetzt klingelt das. Nein, das ist geschossen gesell. Schau mal. So, also. Das Wetter ist schön heute. Folgendes. Wir machen jetzt so, wir gehen jetzt Autos klauen. Wir gehen jetzt Autos holen. Wir machen das Garage voll. Ja, dann machen wir das Garage voll. Ey, der mit dem Anzug popelt da hinten rum. Leute, wir müssen auf jeden Fall richtig geile Kamer... Wie sieht Tobi denn aus, wenn man gerade vom Kindergobus noch kommt? Ey, ich bin ein Bildchen, Batman. Ich kann rausstehen. Tobi, was willst du, Alter? Tobi, hä? Was ist los, hä? Er kann wieder nicht aufstehen. Tobi, Alter, was willst du? Tobi, warte mal. Tobi, ey. Geh weg mit deinem Finger, Alter. Tobi, ey. Lass mal den Tobi wegfingern, ey. Komm, wir fingern alle den Tobi jetzt. Komm, wir jagen den Tobi. Alle mit dem Finger auf Tobi-Zahl mit B. Ja, wir jagen den Tobi. Jetzt komm, Tobi, wo bist du? Nein, nicht rausgehen, Tobi. Da kannst du die Mission nicht mitmachen. Nein, nicht rausgehen, Tobi, Mann. Darfst du nicht, ey. Ja, was macht der denn hier? Hä? Hey, Tobi, Alter. Komm, wir gehen alle den Tobi. Alle auf Tobi, komm. Red dich mal, Tobi. Red dich mal, Tobi. Tobi, guck mal, ich hab eine Hand im Gesicht. Tobi, red dich mal, Tobi. Mit B. Du machst deine Finger aus meinem Gesicht, Alter. Ey, was ist das hier? Einer hat länger Abstand, was ist denn los mit euch? Weißt du, was geil ist, alles so Kerle, weißt du, und einmal Sarah Connor mittendrin, ey. Was ist denn los mit euch? Ey, ich komm dich mal bewegen. Ich komm dich mal raus, sieh, lass mich durch, Alter. Sag, Mann. Ey, Tobi, guck mal hier, Mann. Ich hab die Pumis. Ich hab die Pumis. Take me to the Tobi of the moment. Habt ihr denn für eine hässliche Sekretärin? Wo ist das Büro? Leute, wir sind wieder total in der Zeit, Alter. Na, Tobi. Ja, die Tobi sind da, guck mal. So, wir machen jetzt eine Mission, Tobi, da. Wo ist denn das verschissene Kackbüro, Alter? Da, wo alles sind. Da, wo alles sind. Alles klar. Tobi, ey. Sag, ich rette diese Automission, wir werden uns alle selber umbringen. Hauptsache, er hockt am Computer, weißt du? Hat einen Riesenbildschirm und hängt direkt davor. Tobi, guck mal her, Tobi. So, Fahrzeug beschaffen. Okay, Leute, wir haben eine Mission. So, wir müssen Fahrzeug beschaffen. Das geht selber gut. Okay, ab geht's, Mann. So, warte, lass doch mal mit dem Huchschrauber fliegen. Entity, XF, also, der Huchschrauber fliegen. Entity, XF, also, der Huchschrauber fliegen. Hier. Okay, dann nimm uns mal mit, Dennis. Ja. Mach mich mal Pilot da, ey. Okay, mach ich. Oder mach dich mal Pilot, oder was weiß ich. Ich will einfach nur mitkommen direkt. Ja, bitte. Okay. Let's go to the helipad. Let's go to the helipad mit Tobi. Ja, Tobi ist auch da drin, Alter. Nice, ja. Hey, Tobi fliegt? Tobi fliegt? Nee, will ich nicht. Dennis, Mann, was hast du getan? Hello, Tobi. Hey, ich will nicht fliegen, Alter. Fliegt, Tobi. Ey, ist doch bescheuert. Wo muss ich überhaupt hin? Ich kenn mich doch nicht aus, Mann. Oh, jetzt gibt es wieder Luftwild, Alter. Dennis, halt dich fest, ey. Okay, Mann. Oh, warte mal. Ist das das da unten, das gelbe? Nee, 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 nee. Wir müssen zu dem, wir müssen polizei-helikopter klauen, Alter. Was? Nochmal, ich markiere. Guck mal, du musst zu gelben Markierungen, Tobi. Nein, der blinkt. Ich hab markiert, Tobi. Auf der Karte. Ja, auch mal geile Wisch, Alter. Ich klaue den Polizeimotor, Alter. Hey, was machst du denn, Tobi? Hä, wo muss ich denn? Ich sehe keinen gelben Punkt. Der lila auf der Karte, der lila auf der Karte. Ach, lila, alles klar. Der fliegt aber im Kreis, also. Ey, ich hab gesagt gelb. Tobi, da lang, da lang, Tobi, da lang. Wo, Curry, wo muss ich hin? Alles klar, da lang. Nicht mal, Tobi. Nicht hier lang. Das Ding ist ja bitte oben auf dem Dach stehen, ne? Nicht da drauf schießen. Also, jetzt ist das nicht mehr lustig, Tobi, ne? Jetzt müssen wir echt uns anstrengen, Tobi. Bin ich, ich bin hier, Mann. Geh, ab geht's, ich hole ihn ab, Alter. Wow. So. Steht der hier? Der steht da unten, steht da. Jo, nice, Mann. Der holt immer Krippe. Ah, da sind Leute. Hä? Der CEO ist fort. Alles klar, Dennis. Alle sind rausgeflogen, ja, geil. Jo, der ist rausgeflogen. Warte, ich komm nach wieder. Alter, hier war grad voll der geile Einsatz, ey. Sollte grad einen schönen Helikopter klauen, weißt du? Aber ich klaue den jetzt trotzdem. Oh, jetzt schlägt meine aus dem, ah, da meine Spiele aus dem Helikopter raus. Warte, ich komm nach. Die Mutti hat instant keinen Bock mehr, ey. Ich glaube, wenn es trotzdem, kann ich da einsteigen, ey. Wie nice wäre das denn? Ich hab drei Sterne. Schön. Ey, wie geil, ich kann Polizei, die kommt einfach klauen. Oh Mann, ey, das war eine richtig nice Mission, Dennis, ey. Ja, geil, ne? Also, irgendwie bin ich grad hier eingefroren, aber ich weiß nicht. Meine Lippen bewegen sich trotzdem auch. Ich hab instant nichts gemacht. Äh, was ist denn hier? Ah, danke schön, geht doch. Polizei Maverick, Alter, wie nice. So, ich komm jetzt wieder, Leute. Mann, 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 Mann. Kann nur nicht sein, ey. Lass mich in Ruhe. Was denn? Ich hab' den Lippen bewegen sich immer da. Das war ja so, ich wollte einsteigen, aber irgendwie... Tobi, soll ich dich abholen? Ey, kann ich mal an, das wär natürlich... Tobi, ich komm mal um da, Tobi, ey. Das war gar kein Problem, Tobi. Aber hast du Sterne? Nö. Also, ich hab' nicht grad 600 Dollar dafür ausgegeben. Guck mal, hier Police-Helikopter, Alter, ab geht's, Mann. Ich hab' den... ...Laurin, das bist du aber nicht du, oder? Bin ich da bei euch drin? Äh, weiß ich nicht. Doch, 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 doch. Bist du wieder drin? Ja. Okay, Mann, Mann, ich wollte... Okay, ey, dann komm mal zurück zum Büro, warte. Wir sind schon unterwegs, Heidels. Ja. Ich stelle euch noch mal ein. Ist gar kein Problem, ey. Tut mir leid, ey. Ne, jetzt hab ich den Tomnator eingeladen, was ist das denn? So, warte mal. Tomnator ist ja fast dasselbe. Hehehe. 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 Der Verscholtene Bruder, ey. So, dann nimm mal noch den Gigant im Team, den Smiley. Nimm mal Smiley, komm. Boah. Der Gigant muss morgen in die Schule, dann muss man eigentlich nicht wett, ne? Okay, bist du schon im Büro? Ja. Das war schon los, nicht. Okay, ich lande mal das Ding oben, vielleicht bringt ja der was. Alles klar, Leute, ernsthaft. Ernsthaft. Alter. Ernsthaft. Was für ein Kriegser bist du denn, ey? Tobi ist wieder eingeladen. Kack mal das Zock, Alter. Ja, wir können, kannst du, kannst du echt vergessen online, ne? Das ist echt schade. Na gut, der ist halt aus einer anderen Crew und so, weißt du. Ja, ich weiß. Das nervt halt. Ey, ihr habt ne Einladung bekommen fürs Büro. Ich bin drin, ich bin drin. Ich bin doch schon drin in der Hütte. Hey, besuch mich doch mal in meinem Büro. Überhaupt nicht gay, Alter. Was ist denn mit dir los? Tobi, komm mal her. Ich zeig dir meinen geilen Nackenorten. Ja, schwupp ich da wieder an, weißt du? Hä? Geile Schlampe? Was sagt man nicht? Hast du den Harry genannt, Alter? Was? Was sieht die mal wieder, Alter? Hey, was soll ich schnüberschen. Wir machen jetzt immer ne Mission hier. Komm, du sagst schon seit zwei Folgen, Alter. Die Klappe, Mann. Hey, wir haben doch erst eine. Ja, das ist jetzt die zweite Karinic, vorher schon gesucht. Ah, müssen wir 10 Sekunden behalten, oder? 7, 6, 5, 4, 1, 0. Äh, geil, ob geht's auch los? Jetzt kommt der mit seinem Scheißfinger schon wieder her. Okay, man, wir haben eine Mission, Leute. Okay, nice. Wo müssen wir da fählen? Was müssen wir tun? Wie sieht Tobi eigentlich aus? Was müssen wir tun, denn das, ey? Sag's. Wir müssen rausgehen. Wir müssen Bestia GTS abholen. Okay, man, nice. Wieso muss man eigentlich, wenn man dieses Fahrzeug da abholen muss, wieso muss man dann erstmal einen fetten Helikopter klauen? Da bin ich, weil das immer verschiedene Missionen sind. Es ergibt keinen Sinn. Nein, wir, wir, wir hätten jetzt gerade mit dem... Wir müssen, wir hätten, wir hätten so viel fliegen sollen. Und dann hätten wir das, äh, Kennzeichen scannen sollen. Wäre voll geil gewesen. Aber Dennis ist ja rausgeflogen. Dennis ist jetzt wieder verschissen, Alter. Der alte Wunenbock. Alter Wunenbock. Jetzt darfst du nochmal fliegen. Keine Wunenbock, deine. Alter! Hä? Kommt der hin her! Okay, habt ihr gehört? Was denn? Wir müssen einem anderen Auto zu dem Ort folgen, wo das Auto hinfährt. Wir müssen dem Rancho folgen. Los geht's, Tobi. Zeig mal, was du drauf hast, Alter. Ja, flieg mal jetzt wie eine Eins, Tobi hier. Du kannst ja viel falsch machen, ne? Folge dem Kurumo unauffällig. Kampfilikopter in der Luft. Vor allem 5000 Helikopter hinter uns, Alter. Ja, guck mal. Tobi, pass auf! Der entdeckt dich, Tobi! Tobi! Wo seh ich denn das? Ah, da unten. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ey, ich kenn das doch nicht! Wir müssen jetzt einfach dem hinterherfliegen, Tobi, ja? Mach da mal, Tobi, Alter. Geil, machst du da, Tobi. Ist ja Wahnsinn, Tobi. Boah, da fliegen wieder eins, ey. Hammer, oder? Boah, guck mal da unten. Lass doch mal folgen. Soll ich mal auf den aufschießen, ey? Nein! Schieß mal Curry mit einer Eier hast. Nein! Ey, mach nix tun und so weiter. Lass das Auto nur, ne? Wer das Auto kaputt macht, der kriegt man mit dem Fisthandschub. Die sehen das Auto doch gar nicht. Na klar. Nein, Mann, ne? Boah, Alter, bist du... Ey, du bist echt fertig mit der Welt, ne? Ja, was? Tobi, pass auf, entdeckt, entdeckt! Ah, pass auf, Tobi! Hä? Ist doch gar nix so. Die Mission, Alter, ich kann mich grad kaum im Stuhl halten, ne? Das geht voll ab gerade. Ich will nur, dass du gerade im Dreh bleibst. Das ist ja der absolute Wahnsinn, Alter. Das kommt noch, Tobi. Das ist ja Adrenalin. Abo-Signy, ey. Tobi, das kommt noch, Mann. Das sind Gangster da unten, hat die gesagt. Mit einem Auto! Die haben harten Shit dabei, Mann. Die sind bestimmt YouTuber, ey. Ey, lass Apo Fett in Ruhe. Was? Apo Schwarz, Junge. Boah, Alter, der steht, der steht, Mann. Jetzt fährt er da rechts rein, Tobi. Sein Stehner, Alter. Nee, ich steh war dann ab rechts. Der ist abgebogen, ohne Blinker. Abgebogen, ey. Wo fliegt der denn jetzt hin? Ey, was ist jetzt los, Tobi? Der war das in den Session raus. Ja, ja, alles gut, Curry. Ich hab das gesehen. Oh, der fährt da links, ey. Der fährt da links. Ey, der fährt da links. Ey, der hat der Micha wieder geschwollene auch. Jetzt fährt er grad... Alter! Seit wann hat der geschwollene auch nicht, ey. Die ploppen so raus, Alter. Der hörst bei Micha immer so... Plopp. Ich stell mir immer vor, wenn der Micha sich das Headset aufsetzt, dann hörst du immer so... Oh, I, ey. Ja, Michael, du bist ja zuckerlich, ey. Oh, du bist ja zuckerlich, Michael. Wo fährt der denn jetzt hin? Alter, was macht der denn für eine Kaffeefahrt da unten? Vor allem überhaupt nicht auffällig. Guck mal, ob der Radar ist. Ich find's geil, wenn der jetzt eben schnell zu Meckens fährt, sowas. Ja, hinter ihm fliegen drei Kampfhubschrauber her, alles sowas. Aber egal. Smell like a bitch, Alter. Hä? 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 Der stand da auf dem Plakat. Was? Toi, toi, toi! Sagst du das mal zu deiner Mutti, oder? Boah. Und die Mutter, und die Mutter ist auch mal. Geh, fahr, fahr, fahr. Der Helikopter? Alter, seid ihr bescheuert, Leute? Was macht ihr denn hier, Alter? Ich steh'n alle in der Luft, ey. Bleibt's immer ganz locker, bitte. Ein roter Blatt Abstand, bitte. Wo will der denn hin, Alter? Was hörst du hier für Musik toben die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ich fass' dir nix an. Jo, Gamer-LP, Alter. Hä? Hä? Hä, hör auf! Hä? 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 Ey, wenn wir die Mission deswegen jetzt verkacken, ne? Hä? Voll unauffällig, Alter. Ab, wenn ihr Rockport-Hills, ey. Ey, wo ist grad Chaos aus? Ey, was fällt das los, Alter? Ich schlapp' alle ein. Dann kam ja mehr Haare raus. Hör mal auf, jetzt zu schießen. Leute, nicht schießen, hör auf, Mann. Hör nur, ich darf schießen, Alter. Und ich schieße jetzt auf die Gangster da unten, ey. Ich schieße jetzt auf die Gangster da unten, ey. Weißt du, hier soll Reggae-Musik hin und der fährt mit dem grünen Koppel-Auto sonst irgendwo hin. Seit einer halben Stunde, der fährt irgendwie fünf Kammer. Hä? Hä? Hä, was ist das denn los mit dem? Oh, Kobi! Die ganze Helikopter, Alter. Ja, fällt gar nicht aus. Was macht der denn? Weißt du, Startsfall Nummer eins, aber egal. Deck null. Oh, oh, der hält an. Ne, doch nicht. Boah. Jetzt können wir ihn abballern, komm, wir schießen ihn ab jetzt. Nein, 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 nein. Ey, doch, die halten doch da an, die fahren doch da rein jetzt. Ja, lass sie doch. Okay, wir müssen ihn wegschießen, Mann. Nein, warte, wir müssen das Auto stillen, warte. Ey, das sind doch Leute. Ja, mach, super, schieß von oben drauf, Kobi. Ah! Ich bin tot! Hä? Was machst du denn? Ey, bist du rausgejumpt, Alter? Ich geh jetzt hin und hol das Auto, okay? Tobi, wo fliegst du hin, Mann? Mein Spielstand gerade, ich hab grad Frames gehabt. Keine Ahnung, was da los war. Okay, land mal hier auf dem Dach, Tobi. Geil, Alter. So, dass du da runterschießen kannst, oder was? Guck mal, überhaupt kein Problem, Alter. Aber ey, hallo mal, Feuer! Nicht das Auto kaputt machen. Tobi! Ich will den Bist ja gerne mal fahren, ihr Bidjobs. Was zum Teufel, Mann? Was ist denn hier los? So! Mit so einer Armee macht das überhaupt keinen Spaß, ne? Das ist überhaupt keine Herausforderung. Sind die schon alle tot, Leute? Guck mal, wir landen hier innerhalb von 5 Minuten oder 5 Sekunden, die sind alle schon da unten, Mann. Aber lass das Auto Maschinen-Curry bitte, ja? Curry fährt halt Auto. Weil ich glaube, das ist das Auto mit dem Body. Nimm das Auto, andere Auto. Ich komm da nicht hier über das... Alter, ganz ehrlich? Nein, Tobi, steig da nicht ein, Alter. Alles klar, danke, Tobi. Ja, nice. Irgendeiner hat wieder mit dem... Geil, wir haben schon 1,5.000 Reparaturkosten, Leute. Ey, du hast das Auto nicht ran! Das Auto ist komplett durchlöchert, einfach. Ey, die haben das weggeschossen, einfach. Warum? Warum müsst ihr immer so hyperaktiv sein? Das ist einfach komplett gebumst, das Auto. Was machst du denn für Verkrampfung, Alter? Ey, ich? Hä? Was willst du mir sagen? Bin ich denn hier gerade? Was willst du mir sagen, Bruder? Ich bin hier die ganze Zeit in den Garten und versuche irgendwo in den Hintergärten, Alter. Leute, macht doch mal die Ausfahrt da frei, was ist denn los mit euch? Wer ist der Hubschrauber hier? Hubschrauber, lande mal bitte. Aber ganz ehrlich, ey. Der bei mir ist. Wo ist das da oben? Jetzt geht's los, Alter. So, wie, Alter. Was geht, Mann? Äh, ist irgendwo bei mir ein Hubschrauber. Wo ist denn der? Ah! Entschuldigung, wollte ich nicht. Ah, nein. Seran, bring mich mal bitte darüber. Darab mich gegen die Tonne, Bruder. Ja, wollte ich. Aber ich strecke dir den Arsch noch raus, weil... Ja. Kein Ding, Alter. Jetzt einmal ein Sandwich machen, das geht nicht, ne? Was macht ihr denn damit im Auto? Ne, das ist nicht das Auto. Wir fahren, wir sitzen einfach nur da leben. Wo bist du denn? Ich bin hier. Raus aus dem Auto, Mann. Oh mein Gott! Ey, ich bin da, ich bin da. Was ist denn hier los? Ja, das sind 8 Millionen Helikopter, du steckst. Ey, pass auf, das Auto! Wir machen gar nix. Welches Auto ist das denn? Das ist neben uns hier, ne? Das müssen wir klauen. Wie ist das die Karre? Das ist voll durchgebudelt. Weil die ganze Zeit durchgeballert wird. Gucken wir die Reparaturkosten auch, Mann. Jetzt kommen wir erstmal überhaupt nicht mehr hier raus. Nein, Leute. Einfahrt frei halten, kennt ihr das nicht? Ihr seid echt. Jetzt war dann wieder alles kaputt. Hast du das Auto recht? Jetzt bin ich gleich Curry. Curry, Achtung! Fahr rein! Alles gut, Mann, alles gut, ey. Tobi, ich hab's alle. Wie sollen wir denn jetzt hier rauskommen? Hier kommen wir doch niemals raus. Klar, kein Denken mehr. Ey, wir können jetzt links fahren. Warte mal, wir fahren jetzt hier einfach. Alles klar, wir brennen. Geil. Wir erklären mal eben die Area hier, Tobi, ne? Hammer. Tobi, ciao, Alter. Tobi, komm raus, mach mich raus. Hey, Curry, Alter! Siehst du dich? Toll, das Auto bleibt direkt neben mir stehen. Hey, Tobi! Versuche einfach mal. Hör auf zu schießen! Nice denn, jetzt hau ab, Alter. Okay, Tobi, was machen wir jetzt? Ich hab' ne Idee, Tobi, Mann. Ich hab' ne Idee, Tobi, Mann. Hä? Ich hab' ne Idee, Tobi. Was der? Was? Er hol' das für sein Basi raus. Wir nehmen das Auto, komm, Tobi. Wir folgen den Dennis, Mann. Wir holen den Dennis jetzt, Alter. Also, Scheiß ist der. Alter! Hä? Oh. Mach's doch noch rum! Warum? Warum? Geht, Tobi, wenn du spawst, musst du sagen, wo du bist, ey. Oh, Mann, ey. Scheiß, 1900 Euro, schon Dollar wert. Hast du schon gespawnt, Tobi? Ja, ich bleib' hier einfach, das schönes Häuschen hier. Ich bleib' hier einfach. Ich weiß nicht, wo ich bin. Keine Ahnung. Komm' zu dir, Mann. Ich komm' dich holen, Tobi. Lass' dich nicht zurück, alle. Niemand. Nein, geh' nicht auf die Straße. Der Untergang, Tobi, wenn du auf die Straße gehst. Ich bin auf die Straße gespawnt, Junge. Hinter dir, Mann. Hinter dir. Wem sitz' ich eigentlich hier im Auto? Am Smiley. Smiley, Mann, lieber. Ah, Tobi, hier, komm. Ey, wo bist du denn, Tobi? Ich steh' hier oben irgendwo. Ich bin noch bissl upside's. Was zum Teufel, Alter? Wo bist du denn? Der LZ Menno ist schon bei mir hier, aber der ist unsichtbar, ist ein Geist. Der LZ Menno, Alter. Der LZ Menno, Alter. Ich hab' aber ein Auto, ich hab' ein Auto, alles gut. Okay, nice, okay, nice. Ich fahr' wohin? Einfach Maceback, oder was? Jaja. Nee, nee, ihr müsst' zum Lagerhaus kommen. Kannst' auch selber hinfahren. Oder fahr' ruhig zum Maceback, oder? Machen wir in der nächsten Folge noch eine Mission. Kutscht' mich wohl. Mal ein paar Autos haben, dann können wir nicht später was machen. Boah, geil! Bleib' stehen, bleib' stehen, bleib' los, stehen, Auto. Nein! Bitte bitte einfach, nach mich zu schießen, danke. Drecks Auto, Mann. Und was du so? Dann nehm' ich, dann nehm' ich mal meine Karren, ne? Die find' ich eh viel Dollar. Ich weiß gar nicht, wo das Lagerhaus kommt. Fahr' schon mal zum Maceback Tower, ja, ja. Ach, Maceback Tower, ja. Toi, wo bist du? Ich fahr' raus zur Maceback Tower. Alles klar, Toi. Das ist nur ein Wort der Seite. Hey, shut up, du fucking Twack! Du wittel Twack! Mach' vor, Jungs, Twack, Sucker! Du bostet die Hände in die Hände, oder was? Boah! 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 Okay, Mann, Autos abgeliefert, ladies and gentlemen! Ja, geil, da kann ich echt pissen, oder? Ja, Leute, das war ne neue Folge GT Online. Die nächste Folge gibt's dann morgen um 17 Uhr oder um 16 Uhr, ich weiß noch nicht. Müsst' einfach gucken, und da werden wir natürlich dieses Update weiterspielen. Wir versuchen ein bisschen Koordination reinzukriegen, damit wir natürlich die Mission auch schneller hier vonstatten kriegen können. Ich würd' mich freuen, wenn sie dabei sind, die Herren da draußen. Macht's gut. Ja, sicherlich. Und bis zur nächsten Episode. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ruhig ein positives Däumchen. Tschau, Dennis! Tschau, Tobi! Tschau, Tobi! Tschau, Tobi! Tschau!